Wir gehen jetzt in die Horror-Games, Bruder. Are you ready? Ja, ich hab wirklich gar keinen Bock, Bruder, richtig ehrlich. Spiel du. Spiel Lutzel. Wir sollen spielen als erstes. I can't fall asleep, I should get some cereal. Was ist daran aber ein Horror-Game, Dinger? Was? Hier? Boah, das hat schon vorgestern nach Dings gerochen. Soll ich das auf den Tisch legen? Auf was? Was ist da ein Horror-Game, Bruder? Ja, weißt du auch noch nicht. Aber kommt nicht erst Milch rein und dann Cereal? Äh, erst Milch. Dann Milch. Weißt du gerade? Weißt du gerade? Erst Milch, dann Cereal? Junge, oh mein Gott. Dann kannst du, guck mal, du machst Milch rein und dann, ähm... Oh, Matt, halt zum Ohr, du kannst mir das nicht erklären, ich kühle. Jetzt kannst du das Essen. Ersetz dich mal. Das war das Essen? Er hat sich nicht mal hingesetzt, um zu essen. Vielleicht könnte ich das neue Horror-Game spielen. Ah, jetzt sitzt du dich hier und spielst das Horror-Game. Ich weiß, wie es krass wäre, wenn wir auch noch ein Horror-Game hätten. Was ist das so? Ein Horror-Spiel? Im Horror-Spiel? Ja, aber wir spielen ein Horror... also... Oh mein Gott, hast du es gesehen? Nein. Ich auch nicht. Bruder, deine Tastatur ist voll komisch. Ich weiß nicht, vielleicht ist immer W und Q. Liegt ja meine Tastatur nicht an dir, ne? Nein. Ja, was sag ich jetzt? Oh Gott, ich geh mal einfach ins Dunkle. Nein. Das ist immer das Falsche. Bitte geh, Bruder. Guck mal, lass den Code rechts, 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 rechts. Da musst du, glaube ich, den Code eingehen. Aha, du musst zählen, was da waren an den Codes. Ja, Bruder, du musst die Bilder angucken. Die waren gerade eben. Zurück, zurück, zurück. Andere Seite. Ja. An der Wand ist, glaube ich, schon eins links. Ja, links ist bei dir rechts. Haha, rechnen zu. Ich prepare mich einfach nur für... Ja, sechs Punkte. Das kannst du jetzt schon mal eintragen. Drei Sterne? Digga, das können wir eigentlich... Das machen wir ja. Drei Sterne. Deswegen hast du... Was ist hier? Vier Dreieck. Drei Sterne. Vier Dreieck und einschlafen. Okay. Vier Sterne, drei... Ich hab's schon vergessen. Einschlafen. 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 Vier Sterne. Vier Sterne. Und? Drei Dreieck. Drei Dreieck. Drei Dreieck. Vier Dreieck. Drei Sterne. Drei Sterne. Ja. Oder? Ja, das ist auch cool. Was ist das? We got a new item. Schlüssel. Pick up the key. Pick up the key key and then meet me. I go to the pee pee. To go and boom boom. My boom boom ice cream. What is the song? It's all a whirlwind. Canelo-Sano, Rwano, Canelo, Pelorin. Bruder, sei mal ehrlich Digga. Bisher Spiel Müll. Lass mich weiterfragen. Das ist nichts passiert Digga. Wir haben Mond und so haben wir gezählt. Ja. Was war das? Aber ist auch gut. Boofy. Besser als zu erschrecken. Oh mein Gott. 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 Das war Justin. Nein, nein, nein. Das steht da oben links. Guck doch. Who is looking at the door? Ah. In echt. Ah, hier. Ja. In dem Spiel. Klopft irgendwer. Was ist das für eine komische Hauseinagentür mit zwei Türen? Richtige Minecraft-Bytes? Bruder, wo wohnt er Digga? Natürlich passiert das nur alles. I must have heard something wrong. Okay, ja. I should continue playing. Bruder, guck mal was er im Haus hat mitten im Wald. Oh, ohne Sinn. Kann man die Gardinen wenigstens zumachen? Würde ich in real life jetzt machen. Ja. Ich mach die Tür jetzt. Bei dir werden halt noch Kackstreifen auf der Toilette weg. Ja wegen dir. Die machen die Kackstreifen weg. Der sagt immer Digga, warum soll ich das nicht machen? Junge. Das stimmt gar nicht Digga. Irgendwelche Mädchen sehen grad das Video Digga. Wird niemals zumbekommen. Ja Junge, die sind zumbekommen. Wirst du eine Freundin nehmen, die hier Südöfen nicht schaut? Also im Vorfeld? Ja. Nee, die guckt so Hammer. Guck. Wie ist das Video? Neu. Ja, nee. So sie ist komplett hoch. Also wenn ihr schon mal ein Video von mir gesehen habt, nicht schlimm. Ey, man sieht doch fast gar nichts, ne? Oh mein Gott. Ach, boah. Oh mein Gott, du kann mal nixen. Das Schlimme hört mich mal auf. Oh mein Gott, Digga. Das war das Spiel. Hä? Flashlight? Im Echten ist auch das Ding gegangen. Im Echten ist der... Äh, Ding. Elektronik ist ausgegangen. Elektronikauswahl. Wir müssen hinters Haus. Das machst du und ich mach das nicht. Was denn? Hinters Haus. Mal noch ein Stück Wasser. 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 Warum ist die Taschenlappe so... Ja, aber Bruder, ganz kurz, wo wohnt der? Ja, ey. Natürlich passiert hier sowas. Okay, perfekt. Du bist da. Ja, jawohl. Und wieder zurück. Digga. Das waren glaube ich unsere eigenen Schritte, oder? Ja. Aber jetzt hört man die nicht. Hä? Tür war zu auf einmal. Mach wieder zu. Mach wieder zu. Arbeiten. Jawohl. Perfekt. Ich muss mal rein. Ey. Weiter geht's. Ey, ich muss einmal kurz das Haus checken. Ich sag dir ehrlich, ey. Das war das einfach nur. Du hast den ertrieben. Ey, ich habe echt den ertrieben. Aber es waren ziemlich gut. Sehr nice. Digga. Gib mir auch so ein bisschen zu kalte Vibes, finde ich. So ein bisschen was wäre einfach so. Okay, weiter geht's. Aber hey. Okay. Wir füllen. Ist das vielleicht ein neuer Code? Ja, ja, ja. Boah, jetzt clever. Acht. Vier. So. Zwei. Sieben. Exo. Sieben. Neun. Vier. Zwei. 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 Yes. Jawoll. Sehr schön. 7, 8, 4, hey, hier sind so viele Würfel. Bruder, du musst doch einfach nur zählen, Digga. Under the Bad steht hier. Under the Bad steht hier. Das ist kombiniert. Erst der Stuhl, dann Kühlschrank, dann Tisch, dann Toilette. Das Leben hier ist kombiniert mit dem Spiel auf einmal. Stuhl, Fridge, Tisch, Toilette. Stuhl, Fridge, Tisch, Toilette. Stuhl, 5, Fridge. Oh mein Gott, Digga. 4. Du hast mir gelaufen, du hast gesagt, das sind einfach nur... Das sind einfach irgendwelche Zettel. Stuhl, Fridge, also... Tisch, Toilette. Tisch ist... 9. Dann noch mal Toilette, ich habe es vergessen. 7. Okay. Dann den Account. So. Stuhl, Tisch, Fridge, Toilette. Stuhl, Tisch, Fridge, Toilette. Stuhl, Tisch, Fridge, Toilette. Dann brüllen wir einen anderen Fridge. Hier. Ja. Tisch. Ah, es gibt noch einen anderen Tisch. 8. Dann ist es hier 8. Jawoll. Ich bin schon ein Träger. Ich bin schon ein Träger. Ich habe den Tick. Ich bin schon ein Träger, aber Kackstreifen geht nicht. Junge, ich habe keine Kackstreifen hinter der Träger. Nur wenn ich Besucher habe. Ich kann den Wandel langs besser. Ja. Ich fühle mich ein bisschen sicher, muss ich sagen. Ich habe einen komischen Sound. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mann, was hat er gar keinen Bock. Ich bin noch an der Wand langgegangen. Hier war nichts. Hier war nichts. Man sieht fast den ganzen Raum. Man sieht nichts, Bruder. Wie? Man sieht den ganzen Raum. Ja, ich habe ihn aber gesehen. Das ist nichts. Ich höre eins. Oh mein Gott! Was machen wir mit dir? Wollen wir raus? Rausgehen ist dumm, Bruder. Oder rausgehen und weglaufen? Nein, macht keinen Sinn der Bruder. Bruder, hast du gesehen, war der Mond? Bruder, ich habe ihn erledigt. Aber jetzt sind wir doch eh erledigt, wenn er es will. Da drin verstecken. Hast du nicht Bock auf Szenimilisten? Szenimilisten? Ah, du wolltest mal... Er wollte gerade Cornflakes wieder essen. Das kann ich dein Ernst sein, Bruder. Ja, Bruder, wir müssen raus, Chat. Wir müssen raus. Wir müssen mal checken, was das überhaupt ist. Weißt du, was ich meine? Das kann ja nicht sein. Bruder, wir haben uns versehen. Ich glaube, da war sogar nichts. Doch, da war so. Okay, hier ist die Taschendamme wenigstens stärker. Ernst. Als im Spiel. Bruder, dadurch, dass man das Spiel spielt, kommt das hier jetzt einem viel realistischer rüber an. Weißt du, was ich meine? Ja. Oh, boah, doch nichts. Mach aber trotzdem dir zu, bitte. Wollen Sie? Ja. Joko Morga, danke für den Rhype Sound. Okay. Dixbox. Elektronikbox. Ey. Oh mein Gott. Das ist die von, das ist unser Haus. Ja, mein ich ja, Bruder. Digga, ey. Das ist im Spiel, vom Spiel, unser Haus, aus dem normalen Spiel. Ich kann das nicht, Bruder. Ich kann sowas nicht, haben, ey. Ja. Ich bin das Erste. Erstmal im Stream. Guck mal was. Oh mein Gott. Siehst du das? Man sieht dieses Taschenlappending. In real life. Wir blenden gerade in unser Haus ein. Hast du das gesehen? Ne. Moment nochmal. Guck. Guck, guck, guck. Da. Oh mein Gott. Guck auf unseren Tisch im Spiel. Wir blenden gerade in unser Haus ein mit der Taschenlappe. Geh mal rein. Mach's zu. Oh, voll. Naja, gewixt! Das war's, das war's. Also, wir spielen das nicht mehr. Oder bitte, der Haul! Ich habe keinen Bock mehr, auch. Wir spielen das nicht mehr. Wir spielen das nicht mehr. War geil, Digga. Zweimal Jumpscale, zweimal warst du da. Digga, mein Gott, das ist unfair. Beim nächsten Jumpscale musst du, eigentlich. 원래 es gibt kein mehr. Doch! Geht, wenn du noch zwei Spiele? Ein Spiel, Maximum? Zwei. Ein Maximum. 2 It was a regular night at Krusty Krupp I've just finished my shift and was on my way home So you have to wait for one day I can't imagine what would happen next Ah, I can't imagine what would happen next Fuck I'm thinking of how long it is Look at that, look at the other Look at the other My family Look at that new creepy thing He's in there, he's in there He's in here Das ist laut, aber leiser. So, jetzt ist es aber so doppelt dabei. Ist es besser, Chat? Ist es besser? Christian, danke schön für den Zapp im ersten. Komm mal hier, wo Patrick. Hallo, Patrick. Das ist schon geil, Digga. Warum gehst du zu Sponsoren nach Hause? Ich wollte einfach noch mal kurz rauslassen. Boah, ich weiß nicht, Digga, ich kriege ein bisschen Flash weg. Ja, ich denke, ich habe meine Häusche verloren. Wetter Feind, dann. Ja, wie soll ich meine Schlüssel finden, außerdem nichts? Man muss jetzt vielleicht noch mal die Häuser checken. Nein, im Auto. Was meinst du? Meinst du? Hier, mal zurück zum Auto. Mhm. Die sind nicht im Auto, Bro. Die sind safe, Ding. Safe irgendwie bei... Ich habe jetzt die anderen Häuser abgecheckt. Ich habe es halt vorher geöffnet. Aber wenn es hier Hausschlüsse sind, dann kann es ja sein, dass es im Rest im Haus ist. Könnte sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel will, dass wir so weit laufen. Meinst du? Ja. Ja. Vielleicht da in dem Bus. Kann ich mir vorstellen. Wie soll der Bus sein? Ich weiß nicht, Bruder. Open it up. Das ist nicht deine! Das ist nicht dein! Hä!? Ah! Herr Teicher! Ich kann nicht mehr! Einfach Patrick aus dem nichts greift uns an! Ich kann nicht mehr, Bruder. Was zur... So, bei Spongebob? Mach du weiter, bitte. Ich glaube, jetzt passiert nichts mehr, Ringer. Die Jumpscares wollen zu dir. Wo sind wir? Bei Spongebob zu Hause. Sicher bei Spongebob? Ja, das sieht manchmal in den Folgen. Sieht das auch so aus bei Spongebob. Ernst. Hörst du? Ja, also manchmal ist es so random, einfach so. Also das sind die Decken und so von Spongebob auf jeden Fall. Was soll ich hier machen, Becker? Ich gehe rechts lang gleich. Oh nein. Was denn? Oh mein Gott, er ist gefangen, der! Ja, was soll ich hier machen? Ja, was soll ich hier machen? Windward! Du bist endlich gekommen. Patrick hat verloren. Ich wollte uns alle töten. Patrick hat verloren. Patrick hat verloren. Und wie soll ich dich jetzt abschaffen? Und wie soll ich dich jetzt beschreiben? 5 6 8 1 2. Achte mal auf den Code. Hast du den Kopf? Ja. Irgendwie hat sich der Song geändert. Jo, da war er, da war er, ich schwöre da war er, ich schwöre doch. Der war da gerade. Das ist ein Bild, du Kink. Nein, hinter dem Ding hat er hergeguckt, ehrlich jetzt. Geh da einfach hoch. Du musst da hinten das vielleicht drücken. Das ist ein Schrumpfkasten. Ich kann nichts machen, Digga. Abstairs, hat er gesagt, das heißt hoch. Ja, das war doch hoch. Ja, da waren noch Treppen hoch. 6, 8, 1, 2, 5, 6, 8, 1, 2, 1. Was? 5, 6, 8, 1, 2, 1. Ja, wie ich mir das merken muss, das ist ja hässlich. Ich merke mir das, oder? Aha. Aha. Weißt du was ich meine? Weißt du warum? Weil der ist ja gefangen in so einem Käfig. Nein, das ist nicht dafür, das ist für den Schrumpfkasten. Nein. Ja. Trust. Das ist einfach ein Schraubenzieher für den Schrumpfkasten. Meinst du nicht? Ja. 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 Warum? Warum? Ich glaube, wir... Also ich glaube einfach so hoch ist, ne? Ja. Krass. Und das geht hoch. Okay, jetzt hoch. Nein. Oh, gar nicht. Okay, wir warten einmal kurz ein bisschen. Das ist okay. Wir können warten. Oder müssen wir die Nebel wieder umlegen. Guck mal hin. Guck mal hin. Ah ja, nee. Rauf. Rauf. Let's go. Und gleich wieder runter. Los halten. Rechts lang. Nicht runterspringen. Jawohl. Okay. Gary ist noch. Er hat sogar Gary gefangen genommen. Aber Gary ist irrelevant. Der hat... Der hat nicht mal eine Rolle bekommen. Er kann ja nicht reden, ne? Vielleicht noch nie. Er ist nicht hier. Aber warum sind hier große Krabbeldinger? Das hier ist alles gesappelt vom King Button. Da hat er vielleicht plötzlich irgendwas. Was ist denn hier? Jeez, Bro. Patrick soll sich ficken, Bro. Was ist da hinter? War da nicht noch irgendwas? Da ist noch ein Ding. Hier? Okay, da ist eine Tür vor. Geh einfach runter. Geh einfach runter. Patrick soll sich ficken, Digga. Ehrlich. Warte mal. Du musst mal schon die Tür laufen. Ja. Was mit Gary? Oder? Scheiß auf Gary. Scheiß auf Gary. Oder ist denn dein Zimmer? Doch da. Das Loch. Digga, was ist das? Kommst du da nicht hoch? Kann man nicht springen? Du brauchst die Kartons dahin. Du brauchst die Kartons, ja. Und jetzt? Kannst du dich hier drücken oder drücken? Kann man vielleicht einen Tisch greifen, wenn es geht? Fuck Gary, Digga. Du weißt, ich mich auch nicht. Haus oder so? Nee. Oder? Nein. Ja. Die sagen, die Tür, du musst über den anderen Weg runter. Nee. Doch. Gab es da noch andere Weg? Ja, die Tür, die zu war vielleicht. Über den Weg. Oder diese Dinger daneben. Diese Pidonen. Wenn es nicht geht. Aha. Geil. Ja, jawohl. Oh, jetzt sind wir da. Oh, jetzt sind wir da. Wir sind da. Nein, nein, nein. Da war ja. Nein, nein. Zurück, zurück. Links. Die Tür. Ja, die Tür? Ja, ja. Let's go. Okay, jetzt? So, Schloss gucken. Oh, ich creep doch. Let's go, Bro. Wow. Ich hab einen sehr... Ich hab... Was? Hä? Ich bin zu zweit jetzt? Oh, shit. Okay. Was ist jetzt? Three, two, one, fight! Man muss jetzt gegen Patrick kämpfen. Wieso? Wait, wait. Oh, shit. Ich muss alleine gehen. Was? Okay. Okay. Komm schon. Komm schon, Santheus. Ich war nie für dich. Jetzt bin ich für dich. Oh, er dreht recht aus. Oh, dann wurde er getroffen. Ja, wurde getroffen. Hä? Okay. Ja, nice. Nice, 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 chill. Da ist der Virus? Nice. Sag dir ehrlich, nur den Namen hört sich das am gruseligsten an. Don't go down it. Schon wieder der Virus? Nee, kann ehrlich sein, der Virus. Ich weiß nicht. Oh, ey, allein das sieht gut aus. Ich hab, ich hab glaub, äh, meiste Spielzeit gehabt. Aber dort, ein Jumps gehabt. Das ist so krass. Drei vor drei, Bo. Ich null vor drei. Ist so schwer, ne? Who might this be? I don't know. Der Pixel-Gag, Digga. So ein Pixel-Gag. Digga, boah, wie? Wie krass kann man denn klöpfen? Ja, ich mach doch auch mal so. Das ist die, die, das ist die Pfade. Da war niemand. Hast du? Okay. Ja. Der Kolumbens hat dich jetzt auch schon gemacht, Digga. Der meinte, er wird schlafen. Also, er kommt aus dem Leben. Ah, okay, okay, okay. Hast du, Digga, er hat, oh mein Gott, das ist dieser Facebook-Word-Haber, den man damals als Standard hintergrund hatte. Also, ich hab gedacht, er hat Porno geschaut. Weil so zitierbar. Ja. Da, Digga, mein Bett ist auch noch mal tief. Nee, er geht nicht schlafen. Doch. Ah, doch. Schon wieder? Das ist Justin. Er steht mit der Botte. Ja. Ja. Ähm. Der Sound ist von der Basis. Das ist nicht von hier, oder? Bruder, Digga. Sei es nicht. Ja, aber das Sound, das Spiel heißt Don't Go Down und du willst jetzt runtergehen, oder was? Ja, okay, stimmt. Wir gehen einfach nicht runter, Digga. Wir haben das Spiel gelöst. Das, Digga. Das war's. Die sagen im Endeffekt das, was man nicht machen soll. Ja, Don't Go Down, wir haben es nicht gemacht. Wir gehen jetzt aber schlafen. Wir holen jetzt Justin, Digga. Wir haben zu viel geholt. Warte, nein, wir lassen ihn spielen. Aber lass ihn dir. Wir werden nochmal erschrecken. Ja. Hast irgendwas zu machen, Jet? Wir lassen Justin spielen. Aber wir erschrecken ihn irgendwie dabei. Nicht so ein normaler Schrecker. Weißt du, was ich meine? Sollen wir es so machen? Sollen wir es so machen? Er spielt. Und dann sage ich, ey, es hat ihn echt geklopft. Draußen. Ja. Es gibt auch dieses Sound. Dazu, dass es nicht noch kommt, kannst du uns da ein Liefen. Oder irgendwie abschlafen. Ja. Wir laden uns jetzt einen Klopsauger. Justin! Kannst du jetzt zum... Justin, woher? Justin? Ja. Kannst du das kommen? Wir brauchen nicht kurz, warum jetzt? Ja. Wir spielen wir drei Autogab Commission. Du spielst jetzt nichts, ne? Ok. Aber wir haben schon leicht angefallen. Du musst runtergehen einfach. Der Junge ist in der frischen Früse. Du musst am Ding runtergehen. Aber ich sag immer so, also guck mal was passiert ist. Wir sind aufgewacht, da hat sich die ganze Zeit geklopft am Ding, an der Haustür. Da war keiner da, da hat sich geklopft unten im Keller. Du musst runtergehen im Keller. Du musst runtergehen. Da muss ich leider erst mal finden. Das muss man nicht kennen. Was ist Wohnzimmer? Warte mal. Schnell, bleib mal gut stehen. Schnell mal kurz. Lass mal kurz. Und? Hä? Lass hat spielen, hat echt das gehört. Ich schwöre, das klopfen hat sich echt angehört. Das ist doch sehr von dem Keller. Schnell mal. Ja, Bruder. Rinn! Ich schwach. Ja, was ist das jetzt? Lass mal F1 Flashlight. Ey, ich bin so schlau, Bruder. Warte mal. Ich hab echt F1 Flashlight gesagt, hat geklappt direkt. Er hat einfach Taschenlammert. Der stand da nirgendwo. Ich hab mir einfach gedacht. Alles vor Ort bei Spielen. Ey, mein Gott, das hört sich original an, als wird jemand am Fenster klopfen. allgemein. Original, Bruder. Der kennt einfach shit solche Filme, Bruder, das ist eben kein... Oh mein Gott, I have to get out of the way, quickly. Geh durch diese Kasse. Dararalex, liegt, liegt. Oder? Wir sind wieder hergekommen. Ah, wir sind wieder hergekommen. Ah nee, du musst raus, du musst raus, du musst raus. Mach das jetzt so? Okay. Aber das ist ja natürlich, das ist ja... Ist das ein Game, Bruder? Warum seid ihr denn in den Kopf, ne, Digga? Ja, ne, das war das, Michael, ich mach keinen Sport, Bruder. Ending 2 von 2. Ach, das war's. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind weg von deinem Haus. Und die Kate hat gesagt, dass du nie zurückkommst. Das war's einfach. Das ist ein Schlecht, Bruder, hä? Nicht... Bruder, nein! Stopp! Das ist sicher, aber wahr? Warum kam noch mal ein Klopfen? Er packt den Klopfen ans Ende von Dings! Aus, 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 aus. Warte mal, das war... Das war ja 6 Mal dasselbe Klopfen, oder? Nein, Bruder, hör auf. Warte mal, ich kann doch nicht schlafen, Becker. Ich kann doch nicht schlafen, Becker. Hör auf. Das war's, das war's, das war's, das war's. Hä? Bruder, Ahmed, bitte. Ahmed, bitte. Ey, wir werden den Stream an dieser Stelle beenden, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh... Du bist schlecht. Äh, hast du weh? Hast du Hunger noch? Ein bisschen. Damit hat auch noch ein bisschen Hunger, Digga. Ich würde sagen, wir gehen noch zum Meckes. Und wir gucken mal, wenn noch live ist. Nein! Haha! Hör auf! Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Bitte hör auf, bitte hör auf. Mein Gott, was kann nicht sein. Bitte hör auf, Bruder, ja, ich küsse auf dein Herz. Ey, das Spiel ist geschlossen. Kommt das, Zigga? Von wo kommt das? Ey, auf Ernst, das... Ey, das kann ich nicht zuschneiden. Nein, das kann nicht. Das... Das geht nicht. Was ist denn... Was ist denn... Was ist denn... Kelly, zu sagen jetzt wegen... Das geht nicht. Bruder... Ey, ich hab ehrlich Angst gerade, ne? Oder mein Herz ist egal. Das Spiel ist geschlossen, ne? Oh, ey. Oh, ey. Warte, ey, lass es viel mehr, du kannst mir hören. Der Game ist aber der Neid hier bei Gott gerade. Ehrlich nicht lustig bei Gott. Das ist zu viel. Ich hab noch nie so viel Angst, ne? Für die Red Strings. Oder das kommt davon, wenn wir so viel Horror-Spiel spielen, Digga. Irgendwann kommt das hierher. Aber von wo kommt das Glocken, Bruder, wenn das Spiel... Oder ist es ehrlich? Wahrscheinlich so. Das war ein Ding. Zuschauer, 100%. Hä? Das war ein Zuschauer. Wie ein Zuschauer? Ja, ein Zuschauer. Ja, ein Zuschauer, Bruder, sei ich. Und es hat schon angehört. Als wenn es von da kommen würde. Aber es kam von da. Hast du irgendwas gemacht? Nein. Ich hab was gemacht. Ja. Es hat geklopft. Er hat extra falsch geklopft gerade eben. Warte? Ja. Ja. Das war das. Das war nicht von mir. Ich glaub genau, wie ich es angehört. Aber als wird das von hier kommen. Das kam davon dort. Das ist Cap, Digga. Der Spiel war geschlossen, ne? Das ist Cap, Digga. Das ist fucking Cap. Hä? Das ist eine Lüge, Digga. Hör mal auf! Hör mal auf! Hör mal auf! Oh, hör mal auf! Ich weiß nicht, wenn du was machst... Ich schwöre... Ich schwöre, ich bin jetzt nicht. Ich schwöre, ich bin jetzt nicht. Guck mal, drei Stöder. Hey, das ist doch von dort hinten, Junge. Soll ich mal einen Daumen hoch? Wieso? Ich mach nix, was ist das? Wer denn ist hier? Ey, mach mal, ey! Ey, mein Gott, hast du noch mal auf. Ey, mach mal alles einmal aus, Justin. Außer den Stream. Mach mal alles einmal aus. Bitte. Ey, ich rufe mein Vater an. Ich war falsch. Ich war falsch, wie ne? Wie? Original? Warte. Ne, Digga, hab ich einfach nach Hause geschaut, ey. Ja. Ja, ey. Das war alles schon, ähm. Heute schaut das leider zu viel. Soll ich den da hoch oder nicht? Hm? Soll ich meinen Vater anrufen oder nicht? Und wenn er denkt, ich will das durch was oder nicht? Oder wenn er denkt, ich will das durch was oder nicht? Oder wenn er denkt, ich will das durch was oder nicht? Oder vielleicht Polizei. Ja, genau. Das hat sich überdrehen weggerannt. Das Ding ist... Das ist einfach... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich weiß, was das sein könnte, das könnte eines der Spiele sein, weil ich musste noch Virus-Dingsen, ich musste so, wollen sie das Spiel wirklich starten, weil es hat, der PC kann das nicht untersuchen und da musste man auf trotzdem ausfüllen klicken und dann hat das Spiel vielleicht extra was auf den PC geladen, wie so ein Virus, so was ähnliches, ist, dass es ab und zu klopft einfach, verstehst du, wie ich meine, aber dann check ich nicht, warum kommt das von da hinten, so 8D mäßig, weil meine Boxen sind ja einmal hier und einmal hier. Vor allem nur dieses zweimal, kennst du dieses Soundeffekt vom Klopfen, da kommt es links, rechts, vorne, hinten, da kommt es ja nur ein, bei diesem 8D Video, ja, das geht nicht, das kann, das kann eigentlich nicht sein, 1,2 oder 9, oder ich tue es so, ich pisse mir jetzt hast du irgendwas gemacht haben, nein, auf Ernst, ey, auf Ernst, ey, auf Ernst, ey, halt, guck mal, hat mir bestimmt gerade, finde ich es selber nicht mehr lustig. Also Schäuze Wasser 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 Untertitelung des ZDF, 2020